Biovision ist eine Organisation, die sehr den Fokus darauf hat, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe macht. Also dass wirklich die Bauern, die gerade in einer Krise stecken oder gar nicht wissen, wie sie überhaupt anfangen sollen, etwas zu bewirtschaften, dass sie ihnen hilft, in die Gänge zu kommen und etwas längerfristiges auf die Beine zu stellen. Und das finde ich unglaublich wichtig. Es gibt ja auch den Ansatz, dass man sagt, wir helfen und nachher müsst ihr halt selber schauen oder ihr habt sogar Saatgut, das nicht wiederkommt und solche Geschichten, das finde ich dramatisch. Und das Gegenteil macht eigentlich Biovision. Dort sind die Leute, die Bauern oder wer es auch ist, wie selber fähig, weiterzumachen. Und das finde ich unglaublich wichtig, das finde ich grossartig. Ich denke, 20 Jahre ist genial. Ich hoffe, es gibt noch 200 Jahre. Vielleicht braucht es irgendwann Biovision nicht mehr, wäre auch cool. Das heisst, dann geht es allen gut, würde ich sagen. Aber solange es es eben noch braucht, möchte ich euch ganz herzlich gratulieren, Ich hoffe, dass ihr so viel gearbeitet habt und hoffe, dass es euch noch ganz lange gibt. Und alle, die das jetzt sehen, ich hoffe, ihr unterstützt natürlich Biovision, die ihr könnt.